werden wahrscheinlich ganz unten aufbewahrt gefangene ruht sich aus ja am Arsch gut der sich aus und das nicht aus lassen hier aus sich mehr um das Team Oh, 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 oh. Diese Megan war... Was schreckt dazu? Ihr seid aber nicht böse, oder? Ein Offizier, das du verstehst, bitte dring dich dorthin. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das Sensern hilft den Leuten. Ich sehe es, ich sehe es. Die treten sie in den Dinger noch kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wie immer. Ich hoffe, wir laufen dran vorbei. Nein. Nein, 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 nein. Bitte kontrolliert euer Terminal für Updates der Patienten. Oh. Ist das hier? Ist das hier? Korridor geschlossen. Nee, hier ist es nicht. Dann ist das da oben bei der zweiten Drohne. Würde ich jetzt mal ganz stark schätzen. Oh, Mann. Nein. Nein. Ich dachte, ich habe es geschafft. Oh, nee. Ja, 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 ja. Bla, bla, blub. Blub, blub. Blub, blub. Schaffe ich das? Nein, ich schaffe es nicht. Ihr verdammten Scheiß-Drohnen. Dum, 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 dum. Uuuuh. So, ich gucke jetzt mal ganz genau, wo diese Drohne da hält. Und dann schleicht. Ich habe das Gefühl. Boah, das ist doch. Das ist doch asozial. Oh, das ist doch. Ein Bonus-Fokus-Balken. Dankeschön. Wie komme ich hier raus? Ich habe, ich folge der Drohne einfach. Oh, das ruckelt gerade so ein bisschen wieder. Da hätte er beinahe wieder meinen Pöppes erwischt. Bang. Was für ein Feuer. So. Bisher haben wir jedes Päckchen hier drin eingesammelt. Ich bin ja richtig gut. Oh, da ist ein... Ha, Sergeant Vonk, so sehr ich Ihre Leistung zu schätzen weiß, ein Mindeststandard ist bei den Probanden, die Sie anbringen, dennoch erforderlich. Ich brauche gesunde Exemplare, keine Halbtoten. Ja, ja, schon gut. Fülle das blöde Formular aus. Termin Hinweis. Madame und Dr. Quaid werden zum... Gerade rechtzeitig. Ich werde Madame von ihrem Niveauverlust berichten. Mal sehen, wie sie das findet. Oh, Mann. Wirklich? Das wäre einfach toll. Arsch. Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. So. Seine Bugs. Versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse. Sonst kommst du nicht an Madame ran. Hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Hä? Was war das gerade? Das klang wie so ein... Äh, nee. Was war das gerade? Wow! Also gegen die kämpfe ich viel lieber als gegen die einen. Das Fleisch ist schwach. Ein Pettbewerb. Aua. Überladen. BANG. Na, bam. Kann ich den nächsten überladen? Ne? Ach so, ich dachte... BANG. 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 Sag mal, wie viel hält der aus? BANG. 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 Das muss einem ja auch erstmal gesagt werden, wie das geht, ne? Ich finde, ich habe für heute genug gekämpft. Na, das wäre zu einfach. Der Offizier 1242, konfrontierer Flüchtling. Der Junkball durchbricht den Schild der schweren Enforcer. Drücken sie LB zum Anvisieren und rechte Maustaste zum Abfeuern. Äh, ähm, LB und dann RT. Ja, gar gut, das kriege ich. Du kriegst die volle Ladung. Überladen! Das sieht echt aus, als würde ich denen das Hirn wegblasen mit diesen Erinnerungen. Was haben wir denn hier? Hm. Was ist denn hier? Papierkram oder was ist das? Ne, das sind Handtücher. Klamotten. Irgendwie sowas. Trainingsraum der Enforcer. Sehr gut. Hallo, liebes Roboterchen. Kennst du mich? Nein? Ich bin dir scheißegal, du willst lieber wischen. Gut. Oh, nee, Kinders. Spam. 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 Also wenn das alles ist, was die drauf haben, dann sind diese Liefer besser. So muss dann wohl. Versager. Versager. Ich dachte schon, ich bin schlecht. Aber ihr, ihr seid ja noch schlechter als ihr. Spam. Das geht doch nicht. Spam. Ich mach euch sogar einhändig platt. Ich brauch nicht mal mehr irgendwas machen. Spam. 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 Explosiver Sensen-Virus, der Enforcer-Schilde zerstört und allen Zielen in Reichweite schweren Schaden zufügt. Oh, die Logikbombe. Logikbombe. Verwenden sie ja, um das Ziel zu wechseln. Nö, ich will das Ziel nicht wechseln. Hä? Springen sie jetzt zurück, L.A., um aus dem Schadensbrechstein. Geh, was das sind einDBere just das Ziel? Wischen sie sehen, das ist schön, so wahr-